45.5, feier mal hier! Absolut! Danke an Absolut! Wollt ihr die Herren auch bei euch haben? Ja! Ah ok! Dann rufen wir die Männer der 6569 und zwar als erstes, das sei Wolfs-Rüdiger Frank, Pro Sanitat in Berlin, 850-430. Wolfs-Rüdiger Frank, Wolfs-Rüdiger Frank. Wolfs-Rüdiger Frank, Wolfs-Rüdiger Frank. Aber er darf nicht zu viel gehen. Auf der 2, Klaus Reimann, Teams von Sugerie, 4813. Klaus, geht los! Und der siebte Tag, ach, er hat doch nicht probiert, hat er gesagt, Manfred Pflug, USV, TGU und Essen, wir haben 30,40. Und das mit einer sehr schönen Zeit. So, noch mal hoch für das Foto. Siehend euch in die Arme. Glückwunsch an die Altersklasse 65 bis 69. Applaus Dankeschön. Wir haben ein weiterer Jahr und für uns. Hältst den Namen von der Karte. Altersklasse 60 bis 64. Wir haben keine Damen in der Altersklasse. Gut, dann machen wir die Jungs. Also, dritter Platz. Tima, Billenburg, Blau am See. 49. Tima, Billenburg, Blau am See. Erwittst den Platz. Tima, grüß dich. Herzlichen Glückwunsch. Auf Platz 2, Frank Siegmund, SV Rotation Halle. 40,37 Rotation Halle. Wir sind überall vertreten. Frank Siegmund, Brüßdorf. Kommt mal ja. Frank Siegmund, jawohl. 40,37 und Sieger in der Altersklasse M66 bis 64. Applaus, Dieter Gerlang. Aus US-Bau Halle. Applaus, Dieter. Herzlichen Glückwunsch. Eckzeit. Jawohl. Eckzeit. 33,46. Das ist spektakulare. Das ist spektakulare. Das ist spektakulare. So, Glückwunsch an die Herren. Vielen Dank. Applaus nochmal. Wir kommen zur Ergebnisliste. Weitlich 55 bis 59 Damen. Dritter Platz. Gabriel Eberichter aus Pino in 56,27. Gabriel Eberichter. Herzlich Glückwunsch. Wo bist du, Gabriel Eberichter? Kommt mal an den Sieg. Deine Applaus, Gabriel Eberichter. Applaus. Platz zwei geht an Margarete. Sorry, Margarete Holpfurt aus Rostock. Kommt mal, wie ich bitte gesagt. Margarete Holpfurt aus Rostock. Stimme für Sie stehen. Wo bist du, Margarete? Margarie. 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 Hallo. In der Altersklasse. Elke Ottloff. SSV Ostringerlin. Osterringerlin. 38 für Achsel. Hey. Hey. Wie haben Sie, denken wir waren? Okay. Ostringerlin. Merkt euch den. Wollen wir die Herren dazu bitten? Ja, ne? Jetzt haben wir so schön angefangen. Damit machen wir. Ergibt uns nochmal die Damen. Einen Applaus. Und wir schicken die Herren auf das Video von oben. Da hat er eine Altersklasse. M55950. Den dritten Platz überlegt. Bernd Bremer. Leider kein Ort, aber die 44, 43. Bernd Bremer. Wo bist du, Bernd? Wir müssen heute in der Bildung kommen. Das war die Bundeskabenschau. Ich glaube, wir werden den Lauf haben. Nee, das stimmt nicht. Ich habe gelogen. Zweiter Platz. Hans-Jürgen Diel. TSV TARP. 38.03. Und gewonnen hat, meine Herren, Zidu Auschek, VfN1990 Gera. Innenhaltsrecht fest. 30.18. Sehr gut. Sehr gut. Das ist ein 10 Kilo. Wo bist du? Das Gera. Also, Applaus nochmal, bitte Damen und Herren. Dankeschön. Das ist die LFA gewinnt. 41.34. Monika. Und den Abend aus der Haft. Herzlichen Glückwunsch. Ja, die Herren und Besorgen, liebe Monika. Platz 2, Renate Kranz, SV Rotation Halle. 38.25. Aufschrauben. Die Halle-Infabend sind jetzt in der Halle. Man hat schon 5 Jahre angegriffen. Und kommen hat, oh, die Patrin Schulz. Müritz-Port vom Fahren. Patrin. 38.25. Hey. 15.25. Die Patrin Schulz hat das Gera. Die Patrin, bist du noch da? Ja. Ja, das ist die Beleiterin. Ich bin hier ein bisschen zu tun. Ich bin hier ein bisschen zu drücken. Ich bin hier ein bisschen zu drücken. Ich bin hier ein bisschen zu drücken. Glückwunsch an Patrin. Und ein Applaus. Wir danken auch nochmal an die Fransorin. Die fantastische Pokale hier. So sehen die aus. Ich bin hier ausloggen. Ganz, ganz toll. Wir gucken die Männer dazu. Menners. AK mit 50 bis 54. Da ist noch Platz 3. Der Matthias Kühne aus Schwerin. Jedes Rennen ist jetzt mitgemacht. Matthias Kühne. 37 bis 56. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Kein gut zu funktionieren, wenn die Damen und Herren auf einem Platz stehen. Wir machen weiter. Platz 2 Hartmut Kutzevitz. Start Nummer 1. SG Wasserraten-Orderstedt. Hartmut Kühne. Weg zu bleiben. Und gewonnen hat Peter Lamotte. Auch für Wasserraten-Orderstedt. SG Wasserraten-Orderstedt. In 34. Gekommunsch. Herzlichen Glückwunsch. Der Gegenteil. Die Herren drängen sich. Wie gesagt, wir sind ein Verbund von Sportvereinen aus Schwerin. TSV, TSV, DRK Wasserwacht, Street Sport Schwerin. Vielen Dank, die Damen und Herren. Und die Herren von Bodo und die Trennen. Vielen Dank. Wir machen weiter. Weitlich 40 bis 49. Oft auch als die Königsklasse. 22, 26. Der wurde seit Tag mal Buschberg. Hauptplatz 2. Da hole ich mal ganz ein bisschen aus. Es ist eine junge Mutter aus Schwerin, deren Sohn.